Hallo Leute, ich möchte euch von Essence die neue Trendedition Sun Kiss vorstellen. Die kommt vom März bis April in den Handel. Ich denke, das ist ein Lichtblick im Schneetreiben und Wintergrau. Die Bildkonstellationen Collagen habe ich euch so zusammengestellt, wie ich denke, welche Farben gut zueinander passen. Das ist natürlich Ansichtssache. Also es wird geben, ein Nagellack, also unterschiedliche Nagellacke mit extra breitem Pinsel. Zwei Lippenstifte, einen in so Rot und Orange. Der sorgt nur für einen zarten Farbschimmer. Die Soft Touch Eyeshadows, die sind anscheinend wasserfest. Also das heißt, ihr könnt im Meer baden, euch bräunen und die gehen nicht ab. Hier nochmal ein schöner Goldton. Also finde ich super, auch zum Orange irgendwie. Dann gibt es noch einen oder in zwei Farben Cheek Tint für die Wangen. Also, ich würde mal sagen Rouge, was wohl auch lang hält. Und ein Body Glimmer Spray. Dazu gibt es dann die Waterproof Eye Pencils in zwei verschiedenen Farben. Die seht ihr hier. Und dann noch gibt es ein Self Tanning Tuch. Also da könnt ihr zwischendurch nochmal bräunen. Und dann ein Schimmer Powder. Finde ich sehr interessant. Viel Spaß mit der Limited Edition. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020